Chopagra Praxistest Caro testet das Online-Tool PickCheck Zehn Seiten umfasst die Risikoanalyse Kopierverzicht, die Schweinehalter im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Kopierverzicht jedes Jahr ausfüllen müssen. Ganz schön viel Papierkram, über dem man den Überblick behalten muss. Mit der App PickCheck von IQ Agrar soll die Risikoanalyse und Tierhaltererklärung für den Aktionsplan Kopierverzicht digital, schneller und vor allem bequemer als bis dato ausgefüllt werden können. Der App-Benutzer wird Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Risikofaktoren geleitet. Sind alle Daten komplett, können die Dokumente abgespeichert oder per E-Mail verschickt werden. Bei einer Kontrolle hat der Landwirt so alle wichtigen Nachweise parat. Mehr zur App PickCheck und den Testergebnissen lesen Sie in der Chopagra Ausgabe 8.2020. Mehr zur App-Benutzer ora-éd導ete K warto Konto Konto